bei einer Hand hey so ein weiterer wir sind gerade auf 4.000 Meter Höhe und ich denke mal wir feiern jetzt einfach runter und los geht es ja das war abgehend Schilder wenn man noch überschätzt ist er für die US-Schwälder sind dann kam er vorbei alter Scheiß und Wanderer Euro und die Stadt 400 sachen wir auch hier angeschrieben Kürtel Obo die Kursler nicht mehr hoch hier Kürtel Scheiße Kürtel Elmar hat auch noch ein Scheißer Lerner weiter ich habe 500 Sachen drauf wir haben den Monat mein Leben war auch Steiner und die Flieger nein ich weiß ich krieg die Böckse nicht hoch 3 Uhr und auch weiter den Perfekt Weg das war geil okay jetzt gesehen Leute Geschwindigkeitsrekord mit genau 500 und ein bisschen mehr Sachen. So, ich grüße euch zurück. Ich grüße euch zurück. Ich grüße. Das war jetzt euer Zeichen. Warte, wir müssen erst noch im Zeitschiff hier Flugshow. Jetzt Flugshow über Kavala. Wir versuchen einfach mal alles zu gehen mit unseren vier Orcas. Und die Leute mit der Polizei auf unsere Seite zu reißen. Vielleicht verdienen wir ja ein bisschen Kinkgeld. Das sieht auf jeden Fall geil aus. Ja, Jungs, ne? Warte, warte, warte. Wo soll's? Antake! Alter! So, jetzt... Oh man, meine Kamera ist Spackwebel. Oh mein Gott! Alter, Leute! Explodieren alle Feuer. Willkommen nicht nach Kavala, Leute! Ey, geht weiter runter, geht weiter runter! Ich bin auch von der Meter, von der Meter. Die Turbine verschwimmt so. Unter mir fliegt da einer. Ui! Ui! Alter! Oh, Polizei! Ui! What the fuck? Oh, er fliegt da so tief. Ich? Ui! Oho! So, jetzt nach oben, eine elegante Drehung und wieder zurück. Oh, das war so knapp, gerade mal. Bei mir war's dreimal knapp, Alter! Ich bin auch so knapp, aber... Oho! 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 Mit einer von euch, fuck, auf die Laufsend die Reise flogen. Ja, wahrscheinlich nicht. Oho! Und noch mal! Hey! Und da lacht direkt so ein paar Kräuter, hier träumen Sie wieder! ja da die das ist ja ich bin Achtung 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 sie betrieben das Gelände Stadtwache auch Gott auch okay und dort mit dem treibaren das war doch nicht die hohle immer fettet mal das heißt es ist wollen die hier auf die mann wir alle ab oder wir werden das Feuer eröffnen aber ich glaube ich habe bekommen ja auch die Flieger immer rüber wird nein ich bin weg ihr habt ja auch schon das ist vollständig ich bin und ich habe so auf Bandfeld die Rechte der Dürmer weil ich habe es eben geht die Anwärmung ich bin der Kopfhörer das heißt dass ich mit seinen Händen er über die haben es gab es zu der 6 euch steht an den Händen leute ich auch aber auch das Wurz und die Verstöcke es sind die Kieler Kenze gehen auch glücklich auch noch Läuft bei uns. Der ist Bank-Therese. Ey, wir müssen das mal so lange üben, bis wir richtig Formation fliegen können. Das wäre mega krass. Junge, ich bin einfach gerade über die Straße geflogen, frag mal Paul, die Kiepik war. Ich war auf 20 Meter. Ich hätte mir beinahe dann Burger kaufen können. Ich hab gar nichts mehr gesehen durch die Topine, halt. Ich war 20 Meter über den Marktplatz, da hab ich gemessen. Ich bin so lucky, der kriegt da zu storn. Mann, nochmal, nochmal. Da ist er noch. Flodda, ich bin. Also, da ist er. Oh, 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 oh. Ich würde sagen, Flodda wurde gesungen, sondern nicht. Nee, aber ich bin ja dann, als er weg warst, bin ich nochmal drüber geflogen, aber richtig tief. Und ich bin da dagegen geflogen, er ging den, äh. Oh, Jan. Flodda, grüß dich. Ich bin hier sehr gewagt. Oh, Jan, das sieht mega creepy aus, ne? Halt deinen Maul an! Ich fliege jetzt in deinen Orca, ich spürst du, wo bist du? Du kriegst jetzt so ein 20er SMS. Okay, ich bin schon brain. Wo ist Nummer 2? Wo ist Nummer 2? Flieg mal unter Strom, hast du nicht? Wo ist Nummer 2? Ich fliege gerade nach 100 km. Erbrühe! 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 bei der Schauspieler der Achter so haben wir uns wieder hinter Lacki gesetzt hier saure Sache ich glaube ich habe jetzt auch in der Perspektive die die weiter er hat das kommt davon die alle wir haben mein Waffen mit Schalli ist da noch ja die Antworten mit den Jäger ist gestorben so ich werde auch in den Akte wurde getötet Marius hat mich gerammt und schulden und schütt Hauptsache mein Orca wird nicht verschrottet will seine Handynummer auf Flugshow ist vorbei wir werden auch herzlich empfangen Blödinger mit einer Ablau- und Rauchkanade mein Lieber ich wollte doch mal Kavala um ein bisschen für Vorkas zu sehen wie geil das aussieht durch die Aufregung der Naht und Räder und leute dass er gegen die Städte mal beim so Mensch es gibt es aufstehen ich bin sagt ich will ein Bullen beschweren vielleicht nicht beinahe ganz ziemlich Prozent Alter wie viel oder will der Heiming-Württemberg der Haus aus der Karte der Ocke oder ich geht raus aus der Karole schießt in den Kopf und auch wollte auch die Hälfte ja der Rutsch da ganz ganz langsam Prozent war komplett noch weiter es lebt so ich bin schwerer 2 ich fühlst mich ein paar Sachen kann man wie viele Orte ich verpüß mich hier Lacki, ich glaube, der Willen hat was von dir. Ja, ich bin gerade gestorben! Hast du das echt aufgenommen? Also ich bin gerade im Heli abgestürt. Paul, seid aber leise! Ich möchte auch gar nicht an das Geld. Denken Sie, Herr Officer Partner, dass ich wirklich kein Geld habe. Ich denke, dass ich das nötig hätte, das Geld zu holen. Frag ihn mal, ob die Flugschau schön war. Haben Sie gar nicht die schöne Flugschau erlebt? Oh, das ist nicht mehr. Oh, 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 oh. Ja, das kommt doch noch bis jetzt die Weile. Ah, das hat man ruhig jetzt. Ich hab' leider jetzt gar nicht verstanden. Oh, 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 oh. Alter, wer ist denn hier über mir noch? Schade. Ja, wir sind hier voll die Meisterfliege. Ich hab' gar keinen Schluss mehr für die Geschichte. Ja, das war richtig geil, wie ich von dem Ding ausgewickelt bin. Vom, ähm, Kals, äh, vom Kran, war richtig knapp. Wollen sie befördert, oder warum haben sie jetzt eine große Waffe? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wollen sie befördert, oder warum haben sie nicht mehr nur ihren Taser? Ach so, ich geh' wieder in die Luft, weiss nicht, wer über mir ist. mein Glückwunsch dafür Röschelgrüße mit zu sehen das war ja wenn wir so eine coole Drehung an der Brot oder Brot was ich fliege unter der Durchführung aber das ich kann mal so in Perspektive fetzt irgendwie das ist schwer bei dem Anschluss auch Euby steht gerne zur Verfügung wir können Freude zur Polizei Euby wir helfen auch gerne der Polizei nicht wir machen nur legale Sachen nur Kupferfragen ja deswegen haben wir nur Kupferlizenzen ne genau bitte wir haben die Kupferlizenzen alle nur aus einem Grund um das geklaute Kupfer zu verarbeiten Junge meine 11 Millionen bleiben auf meinem Konto danke wer fragt dich denn Lucky ach der Captain ich fliege gerade einfach noch so ein bisschen random runden Alter ich hab eine Million 451 aufgehoben was wo 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 alle anderen so Glück alle fach! wir sich frei aber ich kann mit Officer Abmausen verändern für dich ja Verstechungsgeld 1 Million ihr wolltet, dass ich wüxt, auf mich wird geschossen 4 von 7,1 ich freis gerade irgendwie nicht Leute Alter Alter, hier wird einfach einer ich hab grad kurz Essen ich wundere, deswegen hab ich hier gehört so ein bisschen hier wird einfach einer umgefangen hat, weil der Markler hat, die schnappt mir das Geld ich guck 1,5 Millionen du kannst auch fertig 5 treiben, 6 treiben so nett ist Wack nicht der ist so Torben 2 mäßig unterwegs klingen nur meine Babos zum Beispiel Magus klingt zum Beispiel ja, ja, okay, nee, Lucky ist gar nicht so wie Torben Torben ist echt 3 Sons wir haben der Projekten er hat zwar nicht mehr zu einer Nächsten der Brom und das ist das ist ach ja, das geht es kommt SUBS SUBS B Herr Schöße Prozent Prozent der Schöße und der Lager und Schöße die Strecke wurde Prozent Prozent der Probe Oro und Oro erst gar nicht knapp gewesen Eckart der Schweiß die Wand an den Anruf durch 1,5 Millionen Bartholomein er hat ja wohl nach dem das soll ich nur hier wird so ein Glück mit dem Lager er ist da gerade am Airfield wir, 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 wir Könnte mich gleich eben erschießen? Warum? Ja, wo bist du denn? Ich will nach Kavala Ja, ich will nicht erschießen, ne? Ich möchte dich gerne erschießen Ihr könnt auch meine Waffe aufheben Ich möchte dich gerne erschießen Lande hier, nein, ich mach das Komm, ich nehm sogar noch auf, ich möchte bitte erschießen Da lag leider nichts mehr Ihr komm runter Ich kann einfach den mehr Ja, ich will noch jemanden Heli wegpacken Warte irgendwas besonders dabei? Wenn ich dich jetzt einfach erschieße Wir machen so Mexikans stand-up Wir machen so Mexikans stand-up Bis zu der Seite am Orca Ja, ich lande da gerade Ja, ich lande da gerade Alter, du bist du scheuer? Ich hab dich zu schießen Ja, du hast dich getroffen Was, ich hab dich doch nicht gebeten, ich hab auf den Heli geschossen, du Bob Natürlich, du Und wo hab ich jetzt 4 und 7, wo hab ich jetzt 6-2 Schreiben wir mal die Polizei, die hat das Geld bestimmt Weiß ich auch nicht Wie sucht ihr das jetzt? Ja, 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 ja Skilly Ich mein, du kannst ja laufen Ich werd da jetzt hinfliegen, damit ich ihn erschießen kann Ey, 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 ey Einer muss auf jeden Fall diese Scheiß Kativa mit dem Schalzi-Ball Ja, das mag ich nicht mehr Ich will nämlich auch gleich für einer Was schieß denn? Ja, man schießt auf mir Wir machen Mexikans stand-up Treff ich denn? Ey, die verfreundet mich gerade Ey, nehm ich mal mit Ey, nehm ich mal mit Floda Auch hier an, bitte Sooo Ich hab dir was zu essen gegeben Was denn? Ey, warte mal, bitte Feuer aber Ich hoffe, mein Orca wird nicht verschrottet Ohne Scheiß Ey, ey, Leute, Leute Ich möchte dich erschießen Warte mal Floda, warte mal Floda, warte mal Wir müssen einen Orca Wir müssen einen Orca haben gelandet Oder geklappt Magst du das eigentlich bis? Hm? Äh, nein, vom Drogenhändler Äh, warte mal Kannst du an meine Schutzweste gehen? Nein, warte mal Wieso denn? Ist drin Bin noch abgestürzt Ja, und? Wieso denn? Nicht, dass die wurden verschrocken Hast du? Ja, so nicht, das machen die nicht Okay Direkt neben Rebel Okay, herr, dann los Wer wollte erschossen werden Nein Ey, ich wollte das machen So, Floda Willst du die Katibe haben? Willst du die Katibe haben? Nein, ich will die auch haben Warte mal Ja, hier liegt der Boden Und hier liegt der Schalldämpfer Ne, nimm den Schalldämpfer aus meinem Rucksack Hast du den Schalldämpfer jetzt weggenommen? Nein Nein, er hat die mir gegeben Aber ich kann deinen Rucksack nicht öffnen Oh, doch Kann ich wirklich? Hört sich so lustig haben mit dem Schalldämpfer Aber du brauchst unbedingt ne... Du brauchst unbedingt ne Katibe Oh, stimmt Okay Alter, wie kann man sonst Du brauchst unsere mit 1,5 Millen am Markt Das Kavaller auf dem Rennen Nö Keine Ahnung Er wollte sich gerade was kaufen Hä? Ja, ein Hammingbird wollte sich Hummingbird wollte sich kaufen Ja, ne mehr Ja, ne mehr Ich bin auch noch etwas länger dabei Ich bin auch noch etwas länger dabei Oh Gott, ganz viel Geld Das ist 1,5 Minuten Ich hab noch mal den Traxien voll gespielt Ja, ja Paul, was beträgt denn dein Kontostand? Mach mal 1,3 Kannst du mir die Arbeit geben? Was? Was du auf 13? Du mit 11 Millionen Hey! Hast du Geld für mich? Was? Wie viel Geld habt du? Oder wie viel hast du gerade? 1,3 Oh, jetzt verbindet mich Ich hab mich so lange nicht Ich hab' nicht Ich hab' nicht Und ich hab' nicht Ich hab' nicht Steck doch bei mir ein Steck doch bei mir ein Ich hab' nicht Ja, ich hab' nicht Hallo, ihr Lieben Was? Na, und Leute Das war die Flugschulaufolge Bis denn Das der Kemp'n Kautern Tschüss Tschüss Bis denn Bis denn